Hallo zusammen, 6.500, diese Zahl hat sich weltweit eingeprägt, 6.500 tote Gastarbeiter gab es in Katar seit der Vergabe der WM 2010 an Katar. Was für eine gewaltige Zahl, was für ein Unrecht, so hören wir seit einiger Zeit schon. Wir wollen in diesem Video uns genauer anschauen, ist das überhaupt wahr, wenn die Zahl wahr ist, wie ist sie zu bewerten und ich möchte das in einer Weise machen, die ihr selber auch ohne große Rechnungen im Kopf nachvollziehen könnt. Schauen wir uns einmal die Quelle an von diesem weit verbreitetsten Artikel aus dem Jahr 2021 über die WM. Von The Guardian, ja, großer Zeitschrift aus UK. Revealed, 6.500 migrant workers have died in Katar since World Cup awarded. Guardian analysis indicates shocking figure over the past decade likely to be an underestimate. Also Guardian hat herausgefunden, es gab 6.500 tote Gastarbeiter in Katar in den letzten 10 Jahren, seitdem sie die WM bekommen haben und das wäre sogar noch eine Abschätzung nach unten, es wären wahrscheinlich mehr. Was haben sie gemacht? Sie sind auf die offiziellen Todeszahlen von Katar gegangen, Statistik. Die haben dort eine sehr gute Statistik, wie auch Deutschland, Bundesamt für Statistik, sehr detailliert. Und sie sagen, über 6.500 tote Gastarbeiter von Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka. Ja, das sind die häufigsten Länder in Katar von Gastarbeitern. Die haben sie zusammengezählt, kommen da auf 6.000, über 6.500 Tote. Was für eine Zahl, was für ein Unrecht, könnte man denken. Sie gehen dann weiter in dem Artikel und sagen, wir wissen nicht genau, ob die jetzt an den WM-Arbeiten beteiligt waren oder nicht, aber hier gibt es jemanden, der zitiert wird und der sagt, wahrscheinlich waren viele von denen an den WM-Arbeiten beteiligt. So, und dieser Artikel ist um die Welt gegangen. Auch in den deutschen Medien wurde er sehr, sehr stark rezipiert. Ein Beispiel, hier haben wir den Spiegel, also das war von Anfang 2021, Februar letzten Jahres. Und dann hier im Spiegel, 23. Februar, mehr als 6.500 Gastarbeiter starben seit der WM-Vergabe nach Katar. Zitat von Guardian. Oder wir haben hier die Süddeutsche, alles seriöse große Zeitung, 6.500 Tote im WM-Land. Was für eine Katastrophe. Tagesspiegel, 6.500 Tote seit der WM-Vergabe. Katars Ambitionen im Sport fordern viele Opfer. Oder der Standard aus Österreich, 6.500 tote Arbeiter in Katar seit 2010. So, das klingt jetzt wie eine sehr große Zahl und vielleicht ist es ja auch eine große Zahl. Wie können wir das relativ leicht und vielleicht sogar im Kopf halbwegs vernünftig einschätzen, was mit dieser Zahl 6.500 innerhalb von 10 Jahren was davon zu halten ist. Zunächst einmal müssen wir natürlich uns überlegen, wie ist die Zahl der Toten, die zu erwarten wäre. Ja, welche Anzahl von Toten, Gastarbeitern in Katar innerhalb von 10 Jahren hätte man denn zu erwarten? Wenn wir zum Beispiel 500 zu erwarten hätten und tatsächlich waren es 6.500, wow, das ist wirklich absolut statistisch signifikant. Großes Unrecht, große Sklaverei muss da geschehen. Wenn wir aber zum Beispiel 5.000 bis 10.000 zu erwarten hätten und dann kommen 6.500 raus, dann wäre das eine ganz normale Sterberate und nichts Besonderes mehr, wie hier die Artikeln vermuten lassen. Wie finden wir das heraus? Machen wir mal was ganz Simples, sehr Einfaches, methodisch wirklich stark vereinfacht, aber es funktioniert. Wir gehen nach Deutschland und schauen uns an, wie die Todesrate in Deutschland ist. Und zwar habe ich mir angeschaut, die Todesrate in Deutschland der 15- bis 40-Jährigen im Jahr 2006. Ist kein besonderes Jahr, aber da war eben die WM bei uns. Also der 15- und 40-Jährigen im Jahr 2006. Ich habe diesen Bereich genommen, die sind natürlich ein bisschen jünger jetzt als die Gastarbeiter, aber das bietet uns das Statistische Bundesamt nun mal an. Das sind diese drei Zahlen hier und da haben wir insgesamt 13.757 tote Deutsche gehabt im Alter von 15 bis 40 Jahren im Jahr 2006. Da müssen wir natürlich noch wissen, wie viele Deutsche wir denn insgesamt haben in dieser Altersgruppe. Da gibt es hier ebenfalls vom Statistischen Bundesamt diese sehr schöne Grafik, kann man rumspielen mit, kann man sich das Jahr anschauen, das man betrachten möchte und auch den Altersbereich von 15 bis 40 habe ich mir angeschaut. Da haben wir 27,1 Millionen Menschen gehabt im Jahre 2006. Man kann auch sogar die Zukunft sich anschauen. Hier gucken wir die ferne Zukunft an. Da kann man sehen, auf welche Bevölkerungsdemografie-Katastrophe wir hier im Jahr 2060 nach verschiedenen Modellen zulaufen. Aber das ist nicht unser Thema im Video. So, also in Deutschland 27,1 Millionen haben wir gehabt 2006. In dieser jungen Altersklasse sind gut 13.000, 14.000 gestorben. Das können wir sogar im Kopf machen. Was ist das für eine Todesrate? Das ist grob einer von 2.000, der gestorben ist in der Altersklasse. Einer von 2.000 oder auch 0,05 Prozent pro Jahr in dieser Altersklasse. So, jetzt müssen wir natürlich wissen, wie viele Gastarbeiter gibt es denn in Katar? Ja, Katar selbst, heute 3 Millionen Bevölkerung, kann es wahrscheinlich nur einige 10.000 Bevölkerung. Davon können wohl Gastarbeiter sein, denkt man. Da wäre also 6.500 schon viel. Aber Katar ist ja kein ganz normales Land. Einer von diesen reichen Ölstaaten. Und bei denen macht die Mehrzahl der Bevölkerung tatsächlich, werden ausgemacht von Gastarbeitern. Katar hat aktuell 2,2 Millionen Gastarbeiter. Insgesamt 3 Millionen Bevölkerung. Und dann haben sie noch etwa 500.000 Ausländer, die noch da leben, die aber keine Gastarbeiter sind. Also wir haben nur einen kleinen Anteil von im Moment 300, etwas über 300.000 Kataris, die wirklich im Land leben und die Nationalität haben. Nur 10 Prozent machen tatsächlich Staatsbürger aus. Alle anderen sind Ausländer und Gastarbeiter. 2,2 Millionen. Das ist jetzt so, das war vor 10 Jahren noch nicht so. Da hatten sie nur etwa 1,6 Millionen. Ist danach angestiegen, aber nicht wegen der WM. Das war schon 5 Jahre früher, 2005, begann schon ein steiler Anstieg der Gastarbeiter wegen sehr großer industrieller Investments und Aufbau in Katar. So, dann können wir im Schnitt sagen, nach einem steilen Anstieg ist es dann in den letzten Jahren stabil geblieben. Bei circa 2 bis 2,2. Also sagen wir mal 2 Millionen Gastarbeiter. Wirklich grob, aber damit wir es uns einfach machen. 2 Millionen Gastarbeiter haben wir also. Nehmen wir mal die Todesrate aus Deutschland. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, weil die in Deutschland waren wesentlich jünger. 15 bis 40 Gastarbeiter sind erheblich älter, können auch deutlich über 40 sein. Gastarbeiter sind vielleicht im Schnitt körperlich fitter als die Deutschen zwischen 15 und 40. Sind ja immerhin Arbeiter. Andererseits kommen sie aus Ländern, in denen die Gesundheitsvorsorge sehr, sehr schlecht ist. Also nehmen wir mal einfach grob diese Zahl aus Deutschland und schauen, ob es wenigstens plausibel ist. So, wir haben einen von 2.000. Bei 2 Millionen Gastarbeitern, einer von 2.000, erwarten wir also nach dieser Rechnung, die grob ist, aber die uns reicht, 1.000 tote Gastarbeiter pro Jahr. Die erwarten wir einfach statistisch. Es können auch ein bisschen mehr sein. Wie gesagt, aus schwachen medizinischen Ländern kommen sie und sie sind auch älter. Aber 1.000 pro Jahr, können wir mal ansetzen. Das sind in 10 Jahren also 10.000, nochmal, 10.000 Gastarbeiter, die wir tot erwarten, rein statistisch leider, innerhalb von 10 Jahren in Katar. 6.500 haben sie gesagt, weil sie die Todeszahlen von Indien, Pakistan, Nepal, Bangladeschi und Sri Lanka Gastarbeitern zusammengezählt haben. Sie sagten, es sind aber noch mehr, weil die anderen Länder haben wir noch nicht zusammengezählt und die letzten Monate fehlten uns auch noch. Und es scheint auch aus unserer Rechnung durchaus plausibel zu sein. Wir erwarten ebenfalls deutliches Stück mehr als 6.500 Gastarbeiter tote. Wir erwarten 10.000. Kann auch deutlich, wie gesagt, wir haben große Fehlermargen hier. Das können auch ein bisschen weniger als 10.000, können auch 15.000, 16.000, 17.000 sein. Aber in diesem groben Bereich bewegen wir uns. Ja und tatsächlich ist es auch das, was Katar sofort gesagt hat. Katar hat gesagt, ja, es sind nicht nur 6.500, sondern erheblich mehr. Ja, wir haben 15.000 Tote aus dem Ausland. Und das hat auch Amnesty International vorher herausgefunden. Katar hat das dann bestätigt. 15.000 Tote aus dem Ausland. Ausländer sind bei uns gestorben in den letzten 10 Jahren. Und daraus macht dann der Spiegel die Überschrift. Für unseren Torjubel starben 15.000 Menschen. Ja, dazu gehören jetzt nicht nur die Gastarbeiter. Und die Ausländer in Katar, die keine Gastarbeiter sind, sind auch wesentlich älter. Da ist die Sterberate höher. Also passt immer noch gut zu unserer Rechnung. 15.000 insgesamt in 10 Jahren. Aber das hat nichts mit dem Torjubel zu tun. Das hat nichts mit schrecklichen Arbeitsbedingungen zu tun. Das hat nichts mit der WM zu tun. Das ist eine ganz normale Todesrate. Und das ist sehr traurig. Hier ZDF ebenfalls. Ausgebeutete Gastarbeiter und 15.000 Tote bei den Bauarbeiten. Hier Ende Dezember letzten Jahres. Vor einem Jahr also veröffentlicht. Hier steht sogar bei den Bauarbeiten zur Fußball-WM haben wir 15.000 Tote. Nicht mal bei den Bauarbeitern, sondern bei den Bauarbeiten. Was völliger Unsinn ist. So, wir stellen also fest, wenn wir diese Todesrate angehen, können wir sogar im Kopf plausibel abschätzen, dass 6.500 wohl etwas zu niedrig gegriffen ist und wir tatsächlich eher im Bereich 10 plus 1.000 Tote sind insgesamt an Gastarbeitern. Einfach, weil Katar so unglaublich viele Gastarbeiter hat. Und diese Gastarbeiter wären statistisch einfach gestorben, auch wenn sie zu Hause geblieben wären. Das ist eine wahnsinnsfalsche Darstellung, die wir hier haben von The Guardian verteilt auf tausende Outlets in der Welt, die da alle drauf angesprungen sind. In den letzten Tagen gab es durchaus auch in den deutschen Medien einige Faktenchecker, Überprüfungen von großen Medien, die gesagt haben, nein, mit den 6.500, das stimmt wohl nicht ganz, weil zugegeben, Menschen sterben nun mal. Und da habe ich euch hier diesen Faktencheck von der Deutschen Welle rausgesucht, auf Englisch. Und die sagen auch tatsächlich, ja, diese 15.000 Toten, die sind nicht ganz richtig, weil das war ja nicht nur für die WM. Ja, das waren auch andere. Sie sagen allerdings nicht ganz klar, dass es statistisch zu erwarten ist. Das sagen sie nicht. Sie zitieren allerdings Katar. Und Katar sagte, obwohl das sehr traurig ist, weil jedes verlorene Leben schade ist, ist die Mortality Rate among these communities within expected range. So wie wir das gerade im Kopf einfach überschlagen haben, verglichen haben mit Deutschland. Und das ist auch so. Ja, es ist nun mal im expected range. Und DW Faktencheck, Deutsche Welle Faktencheck, sagt dann einfach, nö, misleading. Und warum ist es misleading, sagen sie? Was ist ihr Argument? Sie sagen, ja, es ist so, die Gastarbeiter haben eine höhere Überlebensrate, also eine niedrigere Todesrate als der Rest von Katar, aber sie sind auch nicht repräsentativ im Vergleich zu ihren Herkunftsländern und deswegen ist The Figure von Katar misleading. Kein Argument. Sie antworten einfach, nö, misleading. Aber ohne das durch ein Argument zu stützen. Wir haben gerade gesehen, dass das durchaus plausibel ist. Diese Zahl 6500 ist zu klein gegriffen. Sie muss höher sein. Sie besagt aber nichts über die Arbeitsbedingungen. Ich sollte jetzt noch eine Sache hinzufügen. Das relativiert nicht, dass die Arbeitsbedingungen in Katar für Gastarbeiter aus Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch, Sri Lanka, etc. wirklich sehr schlecht sind und definitiv unmenschlich sind. Nicht nur in Katar, in sehr vielen Ländern in der Region, bis hin sogar zum Libanon. Gastarbeiter werden nicht gut behandelt, kriegen keine gute medizinische Behandlung dort. Wenn sie krank werden, fliegen sie schnell raus. Wenn sie nur die kleinsten Fehler begehen, dann werden sie sofort abgeschoben und durch andere ersetzt, weil eben große Anteile der Bevölkerung in diesen Ländern so arm sind, dass es für sie und ihre Familien ein Riesentraum ist, fast wie ein Lotto gewinnen, wenn sie in ein reiches Land nach Katar gehen und dort als Gastarbeiter arbeiten dürfen, weil sie auch viel mehr verdienen, als sie zu Hause jemals verdienen würden. Es soll nicht darüber hinwegtauschen, dass das wirklich katastrophale und unmenschliche Bedingungen sind. Aber erstens gilt das nicht nur für Katar, sondern auch für Deutschland. Wir hatten auch Gastarbeiter, die wir einfach übelsten Chemikalien ausgesetzt haben in den 60ern und die in keiner Weise entschädigt haben. Und heutzutage macht ja der Westen, insbesondere Deutschland, das so. Wir haben immer noch Millionen Arbeiter, die für uns arbeiten, zu grausamsten Bedingungen, extrem in der Textilbranche beispielsweise, damit wir schöne, günstige Kleidung haben. Nur die sehen wir Gott sei Dank nicht mehr, weil die nehmen wir nicht als Gastarbeiter, die bleiben einfach in ihrem Land, während sie sich für uns wörtlich zu Tode schuften. Das heißt, das sollte man in korrekter Relation sehen. Und natürlich bleibt bei so einer medialen Propaganda, die auf nichts basiert, weil es sich um ganz normale statistische Sterberaten handelt, da bleibt natürlich die Frage, warum diese Propaganda? Hier machen sie hier in Guardian so Einzelfälle, die Gesichter hinter den Statistiken. Hier, das ist der, mein Sohn hat zusammen hier das Bild meines Vaters, hält er hoch von der Frau, 43 Jahre lang, 43 Jahre alt, also sogar älter als unsere Statistik, starb dort. Und hier haben wir einen 29-jährigen Arbeiter und er starb dort. Und wir zeigen die Geschichten und die Familien, Lives Behind the Statistics. Wozu? Das haben wir das bei der WM in Deutschland auch gemacht oder in irgendeinem anderen Land? Warum diese Kampagne? Auch andere Themen kamen ja in letzter Zeit sehr stark hervor, warum Katar so ein großes Problem mit Menschenrechten habe. Es hat offensichtlich nichts zu tun mit den Arbeitsbedingungen, mit diesen Fake-Zahlen. Die Zahlen sind nicht Fake, aber die Interpretation davon ist Fake. Wir müssen die Ursache für diese Vorwände gegen Katar woanders suchen. Das allerdings ist ein Thema für ein anderes Video. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.